Was unterscheidet bei Amazon FBA Anfänger und Profihändler? Die Anfänger haben im Kopf, wie bekomme ich ein Produkt verkauft und danach, wie verkaufe ich mehr Produkte davon? Der Profi denkt sich, wie bleibt mehr Geld bei mir hängen? Wie reduziere ich meine Kosten aufs absolute Minimum, damit mein Profit so hoch wie möglich ist? Und darum geht das Video. Wie steigerst du deinen Profit? Ich zeige dir 8 Wege, wie du jetzt direkt starten kannst. Egal, ob du Anfänger bist oder Profi bist, das Video wird dir bares Geld einbringen. Dich erwarten dir interessante Hacks in alle Richtungen. Und wir starten bei einem meiner Favoriten und zwar der Amazon PPC Werbung. Ohne PPC läuft heute nichts, die musst du schalten. Je mehr du verkaufst, je mehr willst du dafür investieren. Aber es gibt auch einen sehr, sehr schönen Weg, wie da wieder was zurück in deine Tasche fließt. Denn, und dafür musst du selber aktiv werden, du kannst als Quelle dafür eine Kreditkarte hinterlegen. Und es gibt einige Kreditkarten, die bringen dir ein Cashback von vielleicht 0,5%. Es gibt andere Kreditkarten und das ist der Weg, den ich benutze. Mit denen verdienst du Miles & More Punkte. Hast du dich schon mal gefragt, wenn du in ein Flugzeug gegangen bist und du marschierst durch die Business Class in die Economy Class, wie so die Leute das Fünffache für ein Ticket ausgeben? Hier zum Beispiel war es ein Flug nach L.A., der hat Economy 650 Euro gekostet, Business Class knapp 5000 Euro. Da habe ich gesessen, die habe ich aber nicht gezahlt und die bezahlt niemand anderes in der Business Class. Die machen das alles über ihr Miles & More Partnerprogramm. Die nehmen ihre Geschäftskosten auf ihre Miles & More Kreditkarte und verdienen damit Meilen, die sie für gratis Flüge einlösen, zum Beispiel mit solchen Business Class sitzen, die dreimal so groß sind, erstklassiges Menü haben und einen Extraservice von den Flugbegleitern. Dafür musst du auf Amazon aber aktiv werden. Im Seller Central klickst du dazu auf Einstellungen und auf Informationen zum Verkäuferkonto, Punkt 1 hier auf dem Bildschirm. Und dann geht es weiter, Punkt 2, Zahlungsweise für Einzüge festlegen und zwar für Werbung. Das sind die Gebühren, die Amazon für deine PPC-Werbung abbucht. Die gehen ab jetzt über deine Miles & More Kreditkarte. Link ist hier unterm Video. Über den Link bekommst du automatisch eine ganze Menge an Meilen zum Start. Und ein aktiver Amazon-Händler mit typischen PPC-Ausgaben, der wird nach einem Jahr eine ganze Reihe Meilen zusammenkriegen und kann sich dafür dann regelmäßig mit Business Class-Flügen belohnen, für die andere wie in dem Fall knapp 5000 Euro zahlen würden. Also wieso solche Gelegenheiten an Amazon verschenken? Link ist unterm Video, komme zum Punkt 2. Und der ist Pan EU aktivieren. Vielleicht hast du gerade alle Hände damit zu tun, deine Produkte in Deutschland zu verkaufen, deine nächsten Produkte zu starten. Du weißt zwar, Amazon funktioniert weltweit, aber das ist gerade viel zu viel Stress daran zu denken, in weitere Lagerhäuser zu schicken, sich um die Umsatzsteuer in den anderen Ländern zu kümmern und alles andere, was daran hängt. Aber bei Amazon kannst du genauso gut ins Pan EU-Programm reingehen und mit ein paar Mausklicks manage das Amazon für dich. Auch das findest du im Seller Central im Menü unter Lagerbestand und dann Punkt 2, Lagerbestand für Pan europäischen Versand. Dort kannst du dann auswählen, welche deiner Produkte, die du dafür anmelden möchtest und in welchen der EU-Länder du deine Produkte anbieten möchtest. Alles deine Wahl. Was für dich gleich bleibt, ist, deine Ware in dein lokales, deutsches Amazon-Lagerhaus zu schicken. Was Amazon dann macht, ist, sie schätzen den Bedarf in anderen europäischen Marktplätzen und nehmen es selber in die Hand und bewegen Produkte aus deinem Lagerbestand in die verschiedenen Ländern, wo die Kunden direkt mit Prime aus ihrem Land mit gewohnter Geschwindigkeit bestellen können, auf deine Produkte Zugriff haben. Und den durchschnittlichen Händler bringt das 30% mehr Umsatz. Amazon übernimmt dabei auch die Steuerabwicklung für dich und du kannst dich dabei auf ein schönes Umsatzplus freuen. Und wenn du solche Praxistipps schätzt, lass es mich wissen und klick an der Stelle auch den Like-Button. Kommen wir zum Punkt Nummer 3. Wir gehen hier wirklich mit dem Tempo durch. Dinge, die große Unterschiede machen, aber es teilweise so schnell auf den Punkt gebracht. Und das ist, kenne deine Kosten und nicht nur deinen Umsatz. Jeder möchte mehr Umsatz machen, jeder möchte mehr Stückzahl verkaufen. Aber was kostet dich das eigentlich? Wie viel zahlst du für Werbung dafür? Wie viel Verkaufsgebühr zahlst du? Wie viele Retouren hast du? Was bleibt eigentlich am Ende übrig? Ich kann dir sagen, da draußen sind eine ganze Reihe Amazon-Händler, die gute Umsätze machen, was dich vielleicht beeindrucken könnte, die aber kaum Gewinn machen. Vielleicht sogar, wenn sie es sehr schlecht machen, die Minus machen. Und das vielleicht nicht an jedem Produkt, sondern vielleicht an bestimmten Produkten. Und dem solltest du auf den Grund geben, warum ist das so? Was kann ich dagegen machen, damit auch die Produkte anfangen, Gewinn zu machen? Und ich weiß, da draußen sind einige von euch, die Helium-Ten schon benutzen für eure Produktsuche und die es danach fast schon zur Seite legen. Ich kann dir sagen, schau, was da noch drin ist. Helium-Ten Profits ist genau die Lösung dafür. Das Tool zeigt dir, wie viel Umsatz hast du heute gemacht? Wie viele Kosten hattest du heute? Welche Stückzahl hast du verkauft? Wie war es gestern? Wie war es innerhalb der letzten sieben Tagen? Wie war es in dem Zeitraum, den du selber festlegen kannst? Du siehst die Trends, die Produkte, die rückläufig sind im Umsatz und die Gewinnerprodukte, die gerade anziehen. Da kannst du untersuchen, warum sind die Produkte so erfolgreich? Warum geht es bei anderen Produkten zurück? Und das siehst du einfach nicht, wenn du dich nur im Seller Central einloggst und guckst, was waren deine Verkäufe heute? Da gehen solche Zahlen komplett unter. Wie hoch sind meine PPC-Ausgaben bei den einzelnen Produkten? Wie sind meine FBA-Gebühren? Was zahle ich an Lagergebühren und, wichtig, zahle ich vielleicht bei welchen Produkten sogar schon Langzeit-Lagergebühren? Greift da Amazon gerade so kräftig in deine Tasche und wie viele Kosten entstehen mir durch Rabattaktionen und Coupons? Das alles kannst du mit Profits ganz genau auf den Grund gehen. Das hier ist gerade mal die Übersichtsseite. Von hier aus kannst du auf jedes einzelne Produkt runterklicken und bekommst alles auf einzelner Produktebene noch ausgeschlüsselt. Profits hast du in deinem Helium 10 Abo mit drin? Profits ist die Basis für die Arbeit, nicht nur Umsatz zu machen, sondern auch die Kosten runterzufahren, damit möglichst viel Profit übrig bleibt. Und wo wir schon über Optimieren gesprochen haben, kommen wir zum Punkt Nummer 4 und das sind deine PPC-Kampagnen zu optimieren. Ich hoffe, niemand von euch probiert es ganz ohne PPC. Ich hoffe, es probiert auch niemand, einfach nur mit einer automatischen Kampagne. Das kann praktisch gar nicht mehr profitabel sein. Es ist schön für Leute, die am Anfang hilflos sind. Von da an muss man sich aber weiterarbeiten und schauen, wie man PPC-Kampagnen einfach aufbaut. Du kannst auch den Weg gehen und eine Agentur nehmen, die das für dich in die Hand nimmt. Die nehmen typischerweise pro Produkt ab 250, 300 Euro, um deine Kampagne zu managen. Aber wer es am meisten interessiert, das Maximum aus deinen PPC-Kampagnen zu holen, du selber als Händler. Deswegen wirst du auch genau richtig fahren, wenn du es selber in die Hand nimmst. Und das kannst du mit dem Tool von Helium 10, das heißt Atomics. Das ist AI-basiert. Eine künstliche Intelligenz macht dir laufend Empfehlungen zu deinen Kampagnen. Welche Gebote solltest du erhöhen, um noch mehr Umsatz zu bekommen? Welche Gebote solltest du niedriger machen, um deine Kosten zu senken? Wo solltest du Keywords hinzufügen, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen? Wo solltest du Keywords ausschließen, die dir nur Kosten und keine Einnahmen generieren? Welche Keywords sollten in Broad-Kampagnen oder in Exact-Match-Kampagnen? Das ganze Tool ist sehr, sehr komplex. Das ist dafür, dass Anfänger mit starten können und absolut wachsen bis zum Marketing-Experten. Das kommt inklusive einem PPC-Kurs von Helium 10. Also wenn du irgendwie interessiert bist, das Maximum zu erreichen mit deinen PPC-Kampagnen, das ist da wirklich die Lösung für dich. Denn eine optimale Kampagne heißt geringere Kosten, mehr Umsatz und was bleibt dann übrig? Mehr Profit, da wollen wir hin. Und damit kommen wir zum Punkt Nummer 5 und das heißt teste deinen Preis. Und das kann so einfach sein. Viele Händler haben einfach so eine Angst, irgendwas an ihrem Listing zu ändern. Never change a running system. Der Spruch ist dabei absolut fehl am Platze. Denn stell dir vor, du hast einen Preis von deinem Produkt von 30 Euro. Du könntest ihn aber auch 35 erhöhen und siehst, du verkaufst die gleiche Stückzahl. Das heißt, mehr Profit für dich. Oder du verringerst den Preis auf 28 Euro und dein Absatz steigt deutlich, weil du plötzlich deutlich günstiger als wichtige Konkurrenten bist und dann die erste Wahl für deine Kunden. Oder aber du gehst einen ganz anderen Weg. Du machst eine deutliche Preissteigerung auf 39 Euro und schaltest dann aber ein Coupon, ein 20% Coupon. Das heißt, deine Kunden bekommen einen Hinweis, dass dein Artikel aktuell rabattiert ist von 39 Euro auf knapp 31 Euro. Und die sehen die Gelegenheit, kräftig zu sparen und kaufen dein Produkt, was du sowieso für den Preis angeboten hättest. Deswegen meine starke Empfehlung, teste deinen Preis, teste wie sich Preiserhöhungen, Preissenkungen und Rabattaktionen auf den Umsatz auswirken. Und damit kommen wir zum Punkt Nummer 6 und da sage ich willkommen in der Zukunft. Der heißt Produktfotografie und das richtet sich gerade an die Anfänger unter euch oder an die Händler, die einfach mit vielen, vielen Produkten auf ihren höheren Umsatz kommen. Produktbilder sind absolut wichtig, um den Kunden abzuholen, zu informieren und zum Kaufen zu bringen. Deswegen willst du da nicht sparen und die besten Produktbilder haben, die du nur am Markt bekommst. Das heißt allerdings, dass du auch so mit 2.500, 3.000 Euro, wenn du vielleicht Models und bestimmte Location brauchst, noch mehr rechnen musst. Und das ist absolut richtig investiert, wenn dein Produkt 15.000 Euro Umsatz im Monat macht, 25.000, 50.000, dann holst du dir das schnell wieder zurück. Aber was ist mit den Händlern, die vielleicht ihr erstes Produkt mit wenig Budget starten? Was ist mit den Händlern, die sagen, hey, da ist ein Produkt, da ergänze ich mein Programm super mit, auch wenn es nur 1, 2, 3, 4, 5.000 Umsatz im Monat macht? In dem Fall willst du einfach sehr gute Bilder nutzen, aber für den niedrigsten Preis, den du am Markt finden kannst. Und in dem Fall kann ich dir nur empfehlen, schau dir mal jpdadvertising.de an. Dort geht man einen ganz anderen Weg und kommt deswegen auf einen ganz anderen Preispunkt. Der Händler, der hier einen Auftrag abgibt, der schickt sein Produkt nicht an die Fotoagentur ein. Der bekommt eine Anleitung und macht mit seinem Handy von seinem Produkt aus sechs verschiedenen Winkeln Fotos. Die machen dir aus diesen Handyfotos ein 3D-realistisches Modell. Das können sie in jede Richtung drehen, aus jeder Richtung beleuchten und liefern dir fotorealistische Bilder. Wie zum Beispiel diese Zange, das ist kein Foto von der Zange, das ist ein 3D-Modell. Oder diese Zahnsammeldose. Oder dieses Kübiswerkzeug. Oder dieser Cutter. Und der Grafiker erzeugt dir dann noch Infografiken mit Stichpunkten, mit Vorteilen, mit Features und baut das in Lifestyle-Bilder ein. Und du bekommst ein Set an Produktbilder, genau wie du es erwartest oder das irgendwo eine Kamera klickt hat. Und das macht sich dann besonders bei den Preisen bemerkbar, die hier noch ein Bruchteil sind von dem, was Standard am Markt sind. Und ein weiterer Einsatz davon ist, stell dir vor, du hast dein Produkt noch gar nicht da. Es wird gerade erst produziert. Diese Handyfotos kann aber auch schon der Hersteller machen mit dem ersten Produkt, was vom Band rollt. Jetzt geht es dann weiter an den Grafiker und du hast die fertigen Produktbilder schon da in deinem Amazon-Listing und wartest nur noch, dass deine Ware im Lager eintrifft. Ein sehr, sehr interessanter Service. Der Link ist hier unterm Video und wenn du einen Auftrag abgibst und dabei noch erwähnst, dass du es bei Amazon FBA bei Markus gesehen hast, bekommst du nochmal weitere 5% auf die günstigen Preise. Und falls du das Video noch siehst ohne Abo, hol es jetzt nach, klick auf Abonnieren, auf das Glockensymbol daneben und bekomm immer als erster mit, wenn ich weitere solche Videos auf YouTube lade. Und damit kommen wir zum Punkt 7, geringere Frachtkosten. Viele von euch werden bei neuen Produkten Lieferanten recherchieren und genau vergleichen, wer kann mir den besten Preis geben und deswegen werdet ihr wahrscheinlich eine ganze Reihe Lieferanten anschreiben. Aber was ist dann, wenn das Produkt nach Deutschland geliefert werden soll? Dann sehe ich einfach viele Händler, die die Spedition benutzen, die der Lieferant empfiehlt. Das kann auch sehr praktisch sein, aber definitiv meine Empfehlung, hol dir Gegenangebote ein. Das kannst du direkt zum Beispiel machen auf alibaba.com. Dort kannst du dir Angebote für deine Fracht einholen und direkt vergleichen. Ein extremer Vorteil kann aber auch sein, einfach einen Ansprechpartner direkt in Deutschland zu haben, falls es irgendwo Probleme gibt. Wenn du die Ware hängst, zum Beispiel beim Zoll, dann möchtest du möglichst schnell das Problem lösen können und das kannst du am besten auf so kurzen Kommunikationswegen. Deswegen schau dir auch Unicorn Logistics an. Die sind ein Broker und die erreichen für dich sehr, sehr konkurrenzfähige Preise. Plus die haben eine sehr große und langjährige Erfahrung mit Amazon-Händlern. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, zum Punkt Nummer 8 und der heißt Reimbursement, also Entschädigung. Und leichter kann man nicht Geld drucken, als wenn man die Methode nutzt. Du machst deine Verkäufe und Amazon schaut immer schön, dass die Gebühren zuerst dort bleiben, bevor das Geld an dich weitergibt. Aber auch Amazon macht Fehler. Fehler beim Einlagerung deiner Ware, da kann vielleicht was kaputt gehen. Fehler bei Retouren, die falsch gut geschrieben werden oder generelle Fehler bei der Gebührenabrechnung. Und dafür gibt es einige Tools am Markt, die das recherchieren sollen. Viele von denen laufen aber recht oberflächlich und automatisch. Vielleicht einfach nur mit einem Mausklick von dir praktisch. Aber die holen nicht alles Geld zurück, was dir zusteht. Ich hatte vor kurzem ein Video gemacht über Sellers Investigators. Die sind ein Service, die haben virtuelle Assistenten. Denen erlaubst du dazu Leserechte in deinem Seller Central Account. Und dort recherchieren echte Mitarbeiter per Hand durch deine Gebühren und holen unter dem Strich eine viel höhere Entschädigungsforderung, als das jedes andere Tool tun könnte. Was du dafür einmal zu tun hast, sind ca. 15 Minuten diese Rechte zu erteilen und danach legen die los und stellen die Forderung direkt an Amazon. Das ist etwas, das sollte man mindestens alle 6 Monate tun, weil es gibt Ansprüche, die regelmäßig verfallen, wenn du sie nicht abholst. Link zum Service auch hier in der Videobeschreibung, auch das Video, das ich dazu gemacht habe, weil das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du diesen Service genau nutzt. Hey, ich hoffe, ich konnte dir ein paar geniale Tipps geben. Ich würde mich freuen, wenn das bei möglichst vielen von euch auch in bares Geld dann herauskommt. Viel Erfolg beim Umsetzen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.